Zum Beispiel, wenn zwei Leute, die genau gleiche Sachen anhaben und eigentlich nicht besprochen wurden und ja, das ist Zufall. Also ich weiß nicht, ob das gerade Zufall ist, aber ein Auto ist genau, es war genau gleich wie unser Auto und sie haben uns, wir haben halt 45 Minuten gefahren und sie haben uns fast, also das Auto hat uns fast die ganze Zeit so wie verfolgt. Ja, weil es halt immer dann so zufällige Töne sind, dann gibt es ja auch eine Musik. Zufall 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020